Was wollen Sie von mir? Ich habe Dokumente, die nie in falsche Hände fallen dürfen. Ja, ich weiß ganz genau, dass die Russen nun ihren besten Mann herschicken werden. Ihren allerbesten. Deshalb haben wir uns entschlossen für Sie. Er kommt aus den unerforschten Weiten Sibiriens. Er ist Mütterchen Russlands Lieblingssohn. Gorbatschows Geheimwaffe. Die tödlichste Kampfmaschine seit Brezhnev. Der amerikanische Imperialismus weicht winselnd zurück vor... ...Nilia in geheimer Mission 2. ...Rushly Terminator. Er führt seine Gegner in die Klassenlosigkeit des Todes. Stalins Klon auf Feindmission. Nilia in geheimer Mission 2. ...Rushly Terminator. Die Kraft seiner Handkantenschläge verstößt gegen das Völkerrecht. Mit dem Blut seiner Feinde schreibt er die Geschichte Russlands neu. Seine Wurfsterne pfeifen das Kosakenlied. Außenschwarz. Innenrot. Nilia in geheimer Mission 2. ...Rushly Terminator. Ein Film für das ganze Kollektiv.